Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Stray. Wir helfen unserem Dog hier raus zu kommen. Zumindest geben wir uns hier allergrößte Mühe. Hier komme ich nie wieder hoch. Das dachte ich mir. Oh nee, warte, ich muss die ja eh plätten. Überhitzt, überhitzt. Kommen Sie, kommen Sie. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Alter, das muss ich ja richtig taktisch machen. Das war knapp, ja. Da hat er wohl recht. Wenn ich halt wüsste, wo wir hin müssen. Ist das schon zu Hause? Nee. Oder? Das geht doch jetzt nicht so schnell, oder? Nee. Doch. Es ging so schnell. Das ist so süß. Danke, dass du Dog gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Schermuch nicht mehr alleine ist. Nennen die ihn jetzt um? Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zirks wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Dog und sein Sohn sehen sehr glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja. Das haben wir wohl. Homo wartet auf seinem Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen. Aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Ja. Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zirks hier reinkommen. Ja. Alles gut. Oh, die schöne Lichterkette. Oh. Ich kann nicht glauben, dass du Dog gefunden hast und den Defluxo bekommen hast. Damit können wir jetzt Balthasar finden. Alles klar. Let's go. Ich hätte mir hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr umschauen können. Hätte ich mal tun können. Die Kanalisation. Die Kanalisation. Oh. Die Kanalisation. Danke. Ja? 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 Ah, lol. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ganz langsam und vorsichtig. Okay, jetzt sind wir wieder zu. Oh nein! Okay, jetzt noch mal langsam und vorsichtig. Ach, einfach da lang geradeaus, na? Na gut. Oh nein! Ew! 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 Oh! Oh! I kid! Ist das übertrieben, wenn ich sage, ich fühle mich beobachtet? Oh, das war knapp. So, ich muss das. Oh, ich kann das. Okay. 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 Ich weiß nicht. Okay. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Hallo, Pat. Grüß dich. Ich noch mal auf ein Eis. Ich habe es keinen Schnellung. Das war's. Oh. Hm? In kleinen Schritten gehen wir hier voran. So. Kleine Schritte. Große Haie, kleine Schritte. So geht's glaub'n ganz gut. Ich glaub wir haben das einigermaßen am Griff. Wenn die alle auf einem Fleck sind, geht das einigermaßen. Es laght halt. Warum lagts? Weil es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Das war's. Das war's mit dieser Folge. Ich weiß halt nicht, wie lang hier noch... Ich würde gern Kanalisation einmal komplett für euch haben. In einem Stück. Aber... Ich weiß halt nicht, wie lang das noch so geht. Nee. Das ist wesentlich. Ich glaube... Moment. Wir schauen jetzt mal auf, was an der Tür hier abgeht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob das dann... Ende ist, oder eher nicht so. Ich muss die andere Seite... Was soll die noch machen? Wir machen heute überlänger. Oh oh. Oh oh. Ich bin mir grad nicht so ganz sicher, ob das jetzt time-mäßig ist, oder je nachdem, wo ich hinlaufe. Oh. Okay. Oh. Wir sind hier immer noch nicht durch. Kann ich jetzt mal raus... Okay. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adieu.